Was habe ich mir da angetan? So, und wo gehörst du jetzt wieder hin? Was? Ich hab kein Fessi! Nein, eigentlich ist es ja nicht so schlecht. Ganz leicht, haben Sie gesagt, ist das ja? Das schaffst du locker, haben Sie gesagt. Frau Nachbarin, das wird jetzt aber wirklich teuer. Damit's 1A wird, mein 1A-Installateur. Die erste Adresse für Bad und Heizung.